Einen wunderschönen guten Morgen miteinander, herzlich willkommen zu Corona TV am 29. Dezember, es ist viertel ab 1 am Morgen. Ja, gestern war natürlich viel los, gestern Dienstag und das erste Mal am Morgen hat ja eine Pressekonferenz der Kanton Luzern gemacht, Panik verbreitet. Und am Nachmittag sind dann natürlich die Herrschaften vom Task Force auf dem Borg-Programm gestanden. Man könne dann nichts anderes, Panik verbreiten, Panik verbreiten und nochmal Panik verbreiten. Und dann sagt die Levi noch tatsächlich, also das ist wirklich eine absolute freche Unterstellung. Sie hat gesagt, dass jeder mit Omikron sich anstecken wird. Ich finde das eine unglaubliche Unterstellung, so etwas. Und wenn das alles vorbei ist, werde ich daran beweisen, dass ich bis jetzt Corona-frei geblieben bin. Oder? Und was gehört man natürlich wieder? Ja, es liegt in jeder in der eigenen Hand. Kontaktbeschränkung, dann Maske tragen und alles drum und dran. Die alte Schallplatte haben sie mal vorne genommen. Dabei weiss man mittlerweile, dass wenn man unter die Leute geht, das Immunsystem stärkt. Oder? Und noch etwas zu dem von der Pressekonferenz von Luzern. Schaut, ihr hättet es in den Händen gehabt, endlich einmal die Maskenpflicht abzuschaffen. Der Blick hat das schon publiziert. Andere Zeitungen haben es schon publiziert. Dass durch die Maskenpflicht, die wir jetzt bald anderthalb Jahre haben, unser Immunsystem dermassen geschwächt wurde, da nützt es auch eine Impfung nämlich nicht mehr. Aber nein, ihr wollt das einfach nicht wahr haben. Oder? Und ich habe ja noch gegen den Schluss zu die Pressekonferenzen geschaut, wo die Journalisten dann wieder ihre Fragen gestellt hatten. Und kein einziger, ihr kommt einmal auf die Idee, die ganze Maskenpflicht mal in die Frage zu stellen. Aber die fragen an mich so einen verdammten Scheiß und meistens dreifachen, doppelten Fragen das Gleiche. Einfach etwas anders formuliert. Die einzige Hoffnung von diesen Journalisten liegt noch bei der Zeitung NOW, also N-A-U. Aber ja, wirklich, ich begreife es einfach nicht. Und wie ihr seht, ich bin bis dato heute absolut Corona-frei, weil ich genau das Gegenteil mache, was die dort oben verzapfen. Oder? Ich gehe unter die Leute, ich ziehe ihnen die Maske nur dort an, wo ich es unbedingt muss. Also das heisst im Laden oder im ÖV, weil ich ja muss zum Schaffen oder sonst irgendetwas. Aber sonst ist die unten. Oder? Und darum bin ich Corona-frei. Gut, ich habe natürlich einen Vorteil, ich habe natürlich die ideale Blutgruppe natürlich, oder? wo die Ansteckung, also beispielsweise die Ausbreitung des Virus sehr minim ist. Und wie schon immer wieder betont, ich habe mich ausgewogen essen. Natürlich essen, bis auf gestern Lüttlis. Also gestern hätte ich eigentlich arbeiten gehen sollen. Ich habe dann in Zarao wieder umgekehrt, weil mein Zug Ausfall gewesen ist. Und ich bin dann in Burger King gegangen, am Hauptbahnhof unten. Und ich habe eigentlich noch, also die macht um 11 Uhr zu. Und es hat dann noch die restlichen gehabt. Und ich wollte eigentlich den Whopper. Jetzt habe ich reingebissen, oder? Und ich dachte, um Gottes Willen, was ist denn das da unten drin, oder? Jetzt haben die Developer in ein falsches Papier eingewickelt, oder? Und die Verkäuferin hat das nicht gesehen. Aber darauf oben ist dann gestanden in Abkürzung geplantet, oder? Also der pflanzliche Burger. Lüttlis, der hat jetzt null Geschmack. Also das ist wie Karton, wie ein aufgeleichter Karton, oder? Also wenn jemand sagt, dass so ein Hamburger genau gleich schmeckt wie ein fleischiger Hamburger. Sorry, aber derjenige kann definitiv nicht kochen, oder? Aber eben, das ist aus Versehen natürlich gewesen, oder? Ich habe mir zwar riesig geägert, ich habe ihn dann gleich fertig gegessen. Ich habe dann zwar noch Ranzenpfeife gehabt bis zum Schluss, aber... Einfach, eben, das hat sicher mal nichts mit ausgewogen zu tun. Und dann habe ich jetzt gerade heute noch, also gerade vor ein paar Minuten etwas gelesen gehabt. Das ist wieder genau die Situation, wo man weiss, aber die zu Bern oben interessiert es nämlich nicht. Und zwar, dass sich Tausende von Leuten mit infiziertem Corona-Spoiz getrunken haben, damit sie Corona bekommen und dann zu einem Zertifikat kommen. Jetzt müsst ihr mal vorstellen, wie verzweifelt, dass die Leute sein müssen, nur wegen diesen... Ich darf es nicht sagen, sonst gibt es dann den bösen Brief, aber wirklich die Verbrecher in Bern oben, weil es schnurzegal ist, sie kochen einfach mal ihrem Töpfchen irgendetwas und alles andere interessiert sich nicht, oder? Man weiss es sogar bei den Jugendlichen, dass die sich absichtlich anstecken wollen, damit sie sich nicht impfen müssen, damit sie unter die Genesenen gehen und jetzt sind es auch die Erwachsenen. Aber es interessiert sie dort oben nicht und darum haben wir also hohe Fallzahlen, oder? Genau wegen dem. Aber nein, man bestraft die Ungeimpften, man tut denen alles Mögliche unterstellen, oder? Oder eben, das Feindbild neben den Ungeimpften sind natürlich Gastronomie. Und da komme ich gerade noch dazu, dass die vom Taskforce anscheinend wollten, für beide einen Lockdown, oder? Also es ist unglaublich! Ich finde das eine absolute Frechheit von diesen Idioten vom Taskforce BAG, die sie genau wissen, genau wissen, dass man sich praktisch nicht in einem Restaurant anstecken kann. 0,6% haben sich bis jetzt angesteckt, vielleicht angesteckt in einem Restaurant. Man hätte sich ja nicht anweisen können. Es ist alles vermutungen, oder? Und die wollen wieder einen Restaurant-Lockdown. Ich finde es eine absolute... Man sollte endlich mal den verdammten Laden schliessen, von dem Taskforce oder BAG, einfach die Typen, oder? Also es ist unglaublich, was denen einfällt, oder? Aber eben, dort wo das Problem liegt, dort macht es dir nichts, es interessiert sie auch nicht. Es interessiert die Politik nicht, es interessiert den Bundesrat nicht und es interessiert die nämlich nicht, oder? Ich finde es einfach unglaublich. Und noch etwas Letztes. Ich habe heute Abend gerade den neuesten James Bond Film geschaut auf Blu-Ray. Und zwar No Time To Die. Das ist ja der letzte James Bond mit Daniel Craig und Lutlis. Also das Drehbuch ist ja vor dem Corona-Ausbruch geschrieben worden. Ihr müsst unbedingt den Film sehen. Also die Parallele in dem Film zu der jetzigen Situation. Zum Beispiel Nanoroboter, oder? Es gibt eine Sequenz drin, da kommt eine Hühnerhaut über. Das müsst ihr unbedingt sehen. Nanoroboter, die in den Körper reingelassen werden und quasi dann durch Satelliten oder Strahlungen beeinflusst werden können und quasi die Menschheit so steuern kann. Wirklich! Also ihr müsst den James Bond Film, vor allem die Sequenz, die dürft ihr nicht verpassen, die müsst ihr unbedingt sehen. Also die Parallele zu der Situation ist unglaublich. Also richtig erschreckend. Also mir ist wirklich gerade die Kinder... Meine Mutter ist hinten durchgehockt und hat gesagt, du musst dir das mal an... Sie hat gesagt, ja, sie hat es jetzt auch gerade gemerkt, oder? Wahnsinnig! Glutlis! Oder? Unglaublich! So! Also, ähm... Es ist, ja, 20 bei 1. Ich weiss nicht, ob wir es vielleicht mal schauen. Vielleicht gibt es bis zum 31. noch etwas. Jedenfalls, sagen wir mal bis zum 31. Wenn ich nicht unbedingt gerade arbeiten muss. Wenn ich nicht schlafe, würde ich nur noch einen Jahresrückblick machen von CoronaTV. Und dann... Ausser das sei noch etwas Wichtiges zwischendrin. Und sonst würde man sich dann eben am 31. noch mal hören. Und das nächste ist dann schon im neuen Jahr. Ich wünsche euch eine ganz gute Nacht. Schlafen gut und bis zum 31. Dezember.